Hi Leute, wir heißen euch recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge von FIT. Florian und Janik trainieren. Heute haben wir für euch den Petsi-Ball in petto. Den Petsi-Ball kann man in verschiedenen Größen kaufen. Dabei ist der Durchmesser des Balls abhängig von der eigenen Körpergröße. Natürlich sollte der Ball auch immer gut aufgepumpt sein. Der Ball wird heutzutage in den unterschiedlichsten Bereichen benutzt. Ob als Geburtenvorbereitung, im Reha-Sport oder auch ganz normal im Schulsport. Wir haben für euch mal wieder zwei Übungen rausgesucht, die wir euch nun präsentieren wollen. Die erste Übung nennt sich die Brücke und ist besonders gut für die Bauch- und die Rückenmuskulatur. Außerdem hilft sie besonders gut bei Rückenschmerzen. Nehmt euch den Petsi-Ball und setzt euch mit geradem Rücken auf ihn. Nun bewegt langsam die Beine nach vorne und spannt den Rücken und den Bauch an. Man geht mit den Beinen so weit nach vorne, bis die Schulterblätter auf dem Ball aufliegen. Diese Position wird nun für ein paar Sekunden gehalten. Anschließend bewegt man sich wieder mit den Füßen Richtung Ball. Allerdings berühren die Schulterblätter den Ball weiterhin, so dass man am Ende mit der gesamten Wirbelsäule auf dem Petsi-Ball aufliegt. Auch diese Position wird für ein paar Sekunden gehalten. Diese Übung kann nun bis zu zehnmal wiederholt werden. Die zweite Übung, die wir herausgesucht haben, stärkt die Muskulatur im Bereich des Bauches, der Arme und der Schultern. Legt euch zunächst mit dem Bauch auf den Petsi-Ball. Die Arme werden auf dem Boden abgestützt. Nun wandern die Arme nach vorne, bis der Petsi-Ball nur noch Kontakt zu den Schienenbeinen hat und der Körper ausgestreckt ist. Nun zieht die Beine an, so dass der Petsi-Ball möglichst nah an den Unterarm ist. Diese Position wird gehalten. Anschließend wird der Körper wieder gestreckt und der Ball wieder zurückgerollt. Auch diese Position wird gehalten. Diese Übung wird bis zu achtmal wiederholt. Das war's diese Woche schon wieder mit FIT. Florian und Janik trainieren. Diese Woche haben wir euch den Petsi-Ball vorgestellt. Seid auch nächste Woche dabei, wenn wir euch wieder ein neues Sportgerät zeigen. Bis dahin, bleibt sportlich! Untertitelung des ZDF für funk, 2017